und wieder heißt es einmal let's play Riders of Icarus wobei es bei mir eigentlich immer heißt und jetzt drücken wir wieder die Aufnahmetaste weil ich seit fünf tage nicht offline war oder so seit der letzten Wartung ich mache jetzt mit der Main Quest vom Wizard weiter beziehungsweise mit der Nebenquest ich muss hier ein paar Laikos wegkloppen und die Hörnchen von den einsammeln unter anderem gucken wir mal ob wir Kamara finden denn das habe ich noch nie getamed vielleicht wäre das ja ein Pad und ich muss immer mal wieder gucken dass ich irgendwas tame weil sonst platzt das Lager vor lauter Marken äh habe ich die Einzeiten nicht mitgenommen doch ja dann war es dann halt mal nicht drin drei Hörnchen und irgendwo hier oben ganz ganz weit im Norden ich habe keine Ahnung irgendwo hier ist auch das deinok von diesen Viechern aber ohne Scheiß ich habe es noch nie gesehen gut also fliegen wir mal eben kurz darunter ja wir teleportieren uns wir sind ja faul wie sonst was dahin und da irgendwie hier an der Küste sollte sein dann gehen wir direkt da ein und ich habe mir mal einen Kaffee gemacht der mich beschützen soll vor grausigen Aktivitäten in meinem Hals so wie sie sehen sehen sie nichts und hier auch nicht also hier irgendwo soll das Kamara nee gar nicht Kamera 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 weiß gar nicht hier ist halt andere Dinge Streiger soll hier sein wollte ich aber jetzt eigentlich nicht äh ja jetzt bin ich glaube ich umsonst hierhin geflogen man kommt doch hier gar nicht drüber das finde ich ein bisschen schade dass man hier nicht mal eben hier so rüberhüpfen kann selbst Streiger sehe ich hier nicht naja ist halt ein blinder Magier was ist denn da unten los ach so ein neuer Mensch ohne Witz dann gucke ich doch mal eben lieber hier auf die Internetseite runtergescrollt und cover of the whale und was ist es denn ähm L M N O P Q ne was ist es denn M nein Q ne 2 wenn dann die 1 äh 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 wo steht denn hier Kamara oder ne steht nirgendswo Kamara ach da die 1 1 ja aber die 1 ist doch nur wo es droppt ja dann weiß ich es auch nicht dann kann ich es euch nicht sagen alles was ich jetzt im Koffer hatte war Amara dann muss ich es niesen nein 1 2 1 1 2 3 2 5 Wie heißt das denn? Heißt du Kameran? Kamara, oder? Auch nicht. Heißt das denn anders auf Deutsch? Hmm. Krämer schreibt, schreibt den Krämer. Och Mann, Alter. Gibt's doch nicht. Hm, wie hieß denn vor? Kamera, Zeichen für Rezept, Droport, Rezept bis Mut. Ist in ca. 300 Meter anzutreffen. Aber wo hoch? Ah. Dann weiß ich wo. 300 Meter gab's nur ein Viech. Und zwar scroll doch wie so ein Handy. Äh. Da. Sacred Shallows. Das ist doch hier gewesen, oder nicht? Hä? Wieso denn da? Was war denn dann hier? Na denn? Dann fliegen wir da mal hin und gucken mal, wenn das so was steht, dann muss ich das ja wohl glauben. Also gehen wir erstmal auf 300 Meter. Gibt's ja nicht. Oha. Fliegt der denn? Ja, er fliegt. Aber hübsch, ja. Wenn man das mal so von so weit oben sieht. Ich weiß sowieso nicht, warum die Region so viele 600 Meter hat. Also. 300 Meter halt. Ich glaub, ich hab das Viech noch nie gesehen. Ich bin noch nie in 300 Metern hier über diese Stadt geflogen. Oh. Aber gegen die Stadt bin ich jetzt. Und wieder. Und. Ähm. Gut. Immer diese unsichtbaren Wände. Kamera. Hört sich an wie so ein Autoname. Ich fahre heute Kamera. Äh. Ja, fliegen wir hier einfach mal einen Bogen. Ich hab nämlich überhaupt keine Ahnung mehr. 300. Puh. Der ist immer noch nicht hoch genug, ey. Fangen wir 317. Ihr könnt ja mal schreien, wenn ihr seht und ich so blind bin. Na, noch steht hier um. Ah, da ist er. Juhu. Nicht nur einer. Lord. Werden hier immer mehr. Nein, bitte kein Eis, Sturm. Hallo. Okay, jetzt springt ihr wieder nicht. Nicht genug Taming-Punkte. Was soll das denn, bitte schön. Er hat gelogen. So, jetzt aber. Ne, das war noch zu niedrig. Ich hab gedacht, ich könnte von unten dran hüpfen. Oh, was war das denn, Alter? Guck, ich bin doch genau drin. Es. Was? Das war aber knapp. Ne, ne? Ne. Wag es dich, du. Gib mal ein Grün. Gib mal ein Grün. Gib mal ein Grün. Gib mal ein Grün. Alter. Ich sollte vielleicht nicht bis auf den Boden klatschen. Oh, der fette war. Sky-Hab-Rudung. Gas. Aber der ist zu hoch. Hier ist immer, komischerweise steht hier immer, Taming Condition Meet. Hier darf man es immer, oh, oh, oh. 450 Meter. Äh, 300 Meter sollen die sein, ne? Also, na, Level 29, Mann. Ey, das ist ja krass. Okay, schießen wir ihn mal richtig runter. Ja, genau. Wenn ich ihn mal treffen würde. Was war zu weit? Wo ist der Nächste? Dann nehmen wir noch einen anderen. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Nee. Glaubst du es? Sind die weg? Das war eine Verarsche, oder? War nur gerade drei. Ich hab einen abgeschossen. Kann auch nicht sein. Kann auch nicht sein. Ah, vielleicht sind die einfach zu hoch. Oder zu niedrig. Oh, ich wechsle in Channel, ey. Ja, auch zu blöd, oder? Da haben wir wieder einen Pieps. So, Kamera. Diesmal müsstest du aber nicht sterben. Ja, sollte hier eigentlich reichen, ne? Ja, seht ihr mal. Wenn es noch rot hochgeht, dann... Ja, kann ich ja nicht mehr gewinnen. Es sei denn, ich hätte mich jetzt verdrückt. Ja, sehr schön. Mehr wollte ich auch gar nicht. Ich wollte auch nicht jetzt hier irgendwie hunderte davon haben. Und nur mal gucken, was er hier gibt. Cool, da und die Crease. Und das war's. Und der ist Arsch langsam? Nö, schon doch gar nicht. Äh, hatten wir denn Dingsbums hier? Ne, wir hatten keinen Bumsdingstier. Heißt, abspringen. Ey. Nee. Ach, ne, ist ja kein Battlefield, ne? Ich hab in Battlefield Vietnam dieses allererste 5-CD-Spiel da. Boah, wie alt will das schon? Zehn Jahre her. Das hab ich so gerne gespielt. Immer mit dem Hubschrauber oder mit dem Bomber. Was will der hier? Ach so, hier ist der Franco-Hase-Rabini-Übelst-Power-Typ. Den man eigentlich mal abfahren müsste. So. Aber es ist immerhin grad kein Bot da, so wie es aussieht. Schauen wir mal ins Auktionshaus. Und zwar... Äh... Gross. Nee. So. Yes. Eieieiei. Eieiei. Also das ist... Wow, was sind denn für Preise hier? Was? Lowest Preis. Acht Gold, das Rezept. 30 Gold, ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist, ähm... Und das sind alles dieselben. Guck mal hier. Das ist alles derselbe Verkäufer. Wurde unterboten. Und dann wieder derselbe Verkäufer. Das kann ich echt nicht nachvollziehen, also. Stützt man auch dann? Nee, krass. Hm, zack. Hm, zack. Hm, zack. Zackadidu. Doch, die Bombe. Ah, das geht. Das geht. Das ist schon mal sehr gut. Das Problem war immer mit dem Teleport. Kann euch das mal zeigen. Okay, vielleicht erst mal, äh... Die Tränke hier runterziehen. Das ist, wenn ich zum Beispiel... So, ich gehe jetzt nach hinten. Und drücke ich 2. Aber der ist oft abgebrochen. Äh, scheint aber auch ein anderes, anderen Hintergrund zu haben, anscheinend. 1, 2, 3, klappisch. 1, 2, 3, pffft. Ja, so läuft das. Kann den ja auch direkt so rausknallen. Vollzeit-Lupen-Hase, ey. Ja, hier ist, ähm, für alle Leute, die 30 sind und nicht weiterkommen, ist das hier auf jeden Fall echt der Taming-Mob schlechthin. Komm her. Komm. Habt ihr das gesehen? Ich drücke diesen Behinderten, ja? Und der teleportiert nicht, weil er im Skill drin ist. Was ist das? Ja, das ist auch... Naja... Auf jeden Fall kann man hier bei diesem Rabbini, Rubblibumi, Francesco, irgendwas... Kann man auf jeden Fall sehr gut Geld farmen. Oh, wie kommt er denn da hin? Ein Aktionator? Vorher waren hier noch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute. Also richtig, richtig viel. Mittlerweile siehst du auch irgendwie nur noch die Leute, die die einzelnen Mobs abfarmen, irgendwo rumsitzen und... Ja... Chillen, ja, das ist... Ich überlege, die haben hier eine riesen Stadt hingebaut, das Ding hier, ich finde das ist ja riesengroß. Da haben sie richtig Mühe gegeben und verschnörkelt und... Und... Und im Endeffekt interessiert es echt keinen. Das ist... Mich würde interessieren, warum das Ding hier schief ist. Aber es hat hier absolut keinen Hand und Fuß. Das ist... Echt schade. Achso, ich muss die... Achso, ich muss die... Achso, das war diese Quest. Ja, da muss ich die einzelne Dinger sammeln und die Quest will, dass ich die einzelne Dinger sammle. Das ist ja eine ganz komische Quest, ey. Habe hier so eine Quest, die eine Quest voraussetzt. Ganz komisch. So, ich flieg mal da rüber und fang mal an zu questen und wir sehen uns beim nächsten Mal im nächsten Video. Wie immer. Hau rein! Ciao! 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 Ciao!